so lehrt und so ein Leiter und ich bin wieder nachgedacht auf Stand-Off aber es geht ja alles los deswegen nämlich die Runde jetzt noch Prozent wie man sich auf diesen Satz schon gesagt habe auch bestimmt auch und so und die Sorge ist dort danke fürs Maulhalten Alter das war so eine Sprache egal mein Team hat jetzt jedenfalls schon acht kills und ich null das heißt für eine Challenge jetzt hier noch einen coolen Score zu bekommen und die Frage aller Fragen ist wo ist der Typ hingerannt ah vielleicht hier ein Frumms oh loi oh loi oh loi oh loi weg hier oh nein scheiße scheiße ja okay das war natürlich jetzt blöd dass der da jetzt einfach von da kam die spawnen da alle der hat ja gutes AIM what gib mal das danke so und weg schön mit euch ähm ich würde jetzt ungern nochmal sterben deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen campen hier ähm AIM danke danke Alter ich bin aber gerade schlecht oder so die kommen locker gleich von hinten ich püsch mich mal vorsichtig hier ran hallo schade der ist weiter gelaufen kann man gut durch wall bingen ja da war noch wer oh ja da war wirklich wer okay und scheinbar hier aber der ist mir scheißegal wallhack okay irgendjemand hat wallhack ich bestimmt nicht äh oh man du blöder teammate alter so kommt ich äh will da jetzt eigentlich nicht zu euch na gut ich mein so kann man es auch machen ne oh ein geier alles klar ich verstehe der escort ohne direkt mal gegeiert ähm na dann muss ich euch halt eben die Vitor um die Ohren hauen Leute ich weiß nicht so ganz ob ihr das wollt nein oh oh mein AIM ist aber auch sowas von Schul AIM geworden im Moment Alter ist das Ding laut okay 19 Kills erst nein 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 wo ist der Geier wo ist der Geier da dann darf ich bloß nicht geiern nein wo ist er wo ist er da hinten scheiße oh es geiern mehrere oh blöd ach das der ist da oben ach er ist tot alles klar so wir haben jetzt 31 naja hm ja nicht so viele Kills sind es aber es ist auch nachgesäunt stirbt manno oh fuck nur noch 13 Schuss mensch aber die 5 gebannt aua 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 naja schrei mir nicht so ins Ohr na gut 34 1 bei 8 Kills reingejoint oder irgendwie so glaube ich da ist es in Ordnung und für Schulzeit ist es AIM so mittelmäßig gewesen ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bis dann